hallo würden sie mir das handy auch für 100 euro verkaufen damit sie echt was gutes tun wieso sollte ich ihnen ein handy für 400 euro weniger verkaufen als es wert ist weil es ist echt für einen guten zweck ich möchte das einer person schenken dies im leben nicht immer leicht hatte und sich meiner meinung nach das handy mehr verdient hätte als jeder andere bitte welche person soll das bitte sein ich